Ach man, echt, so ein... Ich sag's dir, oh Gott. Oh mein Gott, war der erste Gedanke, wo ich da die Story vom Fränky gehört habe. Und zwar geht es um seinen Mofa. Da hat er eine richtige Tortur schon hinter sich mit dem Fahrzeug, aber seht selbst. Willkommen heute wieder bei Mr. Moped in der Moped-Garage. Heute haben wir Besuch vom Fränky. Der Fränky ist auch einer von den Zuschauern, so wie ihr. Und hat da das Video von uns gesehen mit der Fehlersuche. Und ja, den kleinen Kommentar von mir, soweit ich weiß, mit Push-Mopeds, die wir hier auch immer wieder herrichten. Und da hast du dann so ein schönes Teil. Was gibt es dazu zu sagen? Das ist dein Traummoped aus der Jugend. Das ist mein Traummoped aus der Jugend. Also ich war leider sehr, sehr krank. Und meine Frau hat mir damit einen ganz tollen Gefallen tun wollen, dass ich praktisch wieder zu mir zurückfinden kann. Und dann hat mir dieses Moped besorgt, Mofa besser gesagt. Und ja, dann waren zwei Profis am Werk. Okay, ich habe es jetzt so verstanden. Das war dein Traummoped in der Jugend. Das hast du so gehabt in deiner Jugend? Genau. Und das jetzt halt mit deiner 40, wo du jetzt gerade bist, wollte ich da eigentlich mein Jugendmoped wieder haben. Ich weiß, du warst im Krankenhaus gelegen und deine Frau hat dich dann mit überrascht. Ich habe gesagt, du, wenn du rauskommst, hier ist der Schlüssel, da wartet schon dein Jugendtraummofa auf dich. Gut. Die Geschichte von dem Fahrzeug war dann, das habe ich Freunde, glaube ich, besorgt. Ja, ja, richtig. Und dann war ein Spezialist dran, wo man sagen muss, es war auch ein Spezialist. Ja, da hat das Ding optisch wieder super hergerichtet. Hat aber auch gleich dazu gesagt, Motor kenne ich mich nicht aus, das Ding läuft nicht. Da brauchen wir einen Spezialisten. Genau. Da bin ich richtig. So war es genau richtig. Gesagt, getan, das Fahrzeug war da, war nicht fahrbereit. Dann habt ihr den Spezialisten gefunden in Bayern für den Sachs 505 Motor. Den besten. Den besten. Aller besten. Also auch hier ein Gruß von mir an den Spezialisten für die Sachs 504 und 505 Motoren in Bayern. Ja. Ein Gruß noch von mir so als kleines Nichts. Seid mir jetzt nicht böse, dass ich das wieder sage, aber es wirkt ein bisschen arrogant. Wenn ich mich schon Spezialist nennen muss für den 505 Motor, den mein dreijähriger Sohn inzwischen schon anfängt dran rumzuschrauben, dann habe ich was falsch gemacht. Das weiß jeder von euch, jeder Fachmann. Das ist der einfachste Motor, den man überholen kann. Gut. Er ist der 505 Spezialist. Was ist dabei rausgekommen? Motor hingeschickt? Motor hingeschickt. Motor wurde überholt. Motor wurde vom anderen Spezialisten ohne Getriebeöl eingebaut. Motor hatte keine Leistung. Und dann ist mir das Kettenrad runtergesprungen zum Glück. Dann habe ich festgestellt, als ich das Ritzel tauschen wollte, musste ich ja den Deckel wegmachen, dass da gar kein Getriebeöl drin ist. Habt ihr es dann? Ja. Okay. Das ist natürlich der Klassiker, wenn der Motor Spezialist, wir schicken auch Motoren nur raus. Ohne Öl. Aber da ist natürlich ein riesiger Hinweis noch einmal auf dem Motor und in dem Paket drin, dass man natürlich Getriebeöl einfüllen muss. Da hat er ja eigentlich alles richtig gemacht. Nur halt den Vermerk anscheinend vergessen. Mit Nachdruck an den Kollegen dann. Achtung, Öl einfüllen und einfahren. Die ganze Einfahrhinweise. Ganz wichtig. Ich habe nicht danach geschaut, weil ich dachte, der Spezialist hat es ja eingebaut. Deswegen habe ich auch nach dem Öl geschaut. Genau. Das ist dann das Problem, dass dann halt noch ein Laie den Motor eingebaut hat, der natürlich nicht nach dem Öl geguckt hat. Jeder Fachmann guckt natürlich nach dem Öl. Aber egal. Okay, weiter ging es dann. Dann hat das Ding null Leistung gehabt und dann haben wir gesagt, ja, irgendwann... Stopp. Ganz kurz, bevor ich es vergesse, muss ich unterbrechen. Das heißt, der Motor war beim Spezialisten in Bayern für den 505-Motor. Der hat ihn komplett revidiert. Du hast es komplett bezahlt. Ich habe es komplett bezahlt. Mit Rechnung, Ungewährleistung, mit allem drum und dran, kam das Ding zurück. Nein, halt ohne Rechnung. Ach so. Viel wichtiger, ohne Rechnung. An das Finanzamt kann man natürlich vergessen. Ja, keine Rechnung. Keine Rechnung auch. Kann ja mal passieren. Keine Gewährleistung. Genau so kam es nämlich dann. Er hatte ja keine Rechnung. Das Ding lief nicht. Dann hat er den halt wieder hingeschickt. Dann habe ich mit ihm telefoniert, habe gesagt, der Motor läuft nicht. Dann hat er gesagt, gar kein Problem, schick den ein. Ich habe den ja schon überholt. Ich mache das etwas günstiger. Dann habe ich den Motor eingeschickt. Das Öl habe ich vorher abgelassen, wichtig, weil man verschickt den Motor nicht. Mit Öl. Ich habe dann zurückgeschickt. Dann hat er gesagt, ja, der Motor hat zwei Zehntel, die Kurve hat zwei Zehntel Spiel. Ich habe das gerichtet, alles gar kein Problem. Und außerdem war der falsche Kolben drin. Der hat zwei Kolbenringe. Dann sage ich, den hast doch du eingebaut. Lange Rede, kurz sind, ich habe den Motor nochmal frisch gehohnt. Neuen Kolben mit einem Kolbenring eingebaut. Habe mir den Motor zurückgeschickt. Ich habe gesagt, es läuft ja bombig. Und nochmal bezahlt. Aber Moment, ich habe sogar mehr bezahlt, als am ersten Mal überholt. Dann habe ich gesagt, wieso, du hast schon gesagt, du kommst mit dem Preis hingegen, weil du hast ja den falschen, dann sagt er, Personalkosten gestiegen, bla bla bla. Lange Rede, kurz sind. Ich habe es bezahlt natürlich und habe den Motor dann. Mit Rechnung, glaube ich, dieses Mal. Ohne Rechnung wieder. Also auch wieder hier ein Gruß ans Finanzamt, für alle, die hier legal arbeiten wie mir. Da geht natürlich nichts ohne Rechnung raus und ohne Gewährleistung. Aber geile Nummer, finde ich. Absolut geile Nummer. Ich schicke den Motor zu dem hin. Der läuft nicht. Dann schicke ich den wieder hin. Und dann sage ich, oh, da ist eine falsche Kolbe drin. Wo liegt jetzt der Fehler? Ja, natürlich beim Superspezialisten. Wenn ich einen falschen Kolbe rein mache, dann kann ich jetzt sagen, jetzt bezahlst du mir das nochmal. Hätte der eine Rechnung ausgestellt und du wärst mit dem vor Gericht gegangen, hätte er jeden Prozess verloren. Ist ja klar, weil ich habe eine Gewährleistung. Ich kann doch nicht als Fachmann einen Motor rausgeben, der nicht läuft und sage dann, da war der falsche Kolbe drin, jetzt mache ich eine richtige Kolbe rein. Ja, aber was? Okay, jetzt mache ich die richtige Kolbe rein. Stell das nochmal teurer in Rechnung, weil ich jetzt Mitarbeiterkosten habe, aber immer noch kein Finanzamt bezahlt. Okay, weiter. Dann habt ihr den wieder eingebaut. Dann habe ich den Motor selber mit meinem Freund zusammen eingebaut, weil ja nichts mehr zu machen. Habe dann Getriebe eingefüllt und habe gedacht, ich fahre den Motor langsam ein. Also dachte, der zieht halt nicht so arg, weil er halt noch ganz frisch ist. Gibt mir auch nicht so viel Gas. Lange Rede, kurz Sinn. Erstmal, wenn ich mein Mofa einen Berg gesehen habe, mussten meine Bekannten und Freunde mich den Berg hochschieben mit ihrem eigenen Mofa, weil das Ding nicht hat. Das hat Angst vor dem Berg gehabt. Und dann habe ich, ich bin verzweifelt und dann habe ich ihn nicht zum Glück, den Norbert gesehen, weil ich beobachte das schon länger, was du für Sachen machst. Und du wirst ja auch von so vielen Profis heimgesucht, also Leuten, die bei Profis ihr Moppel richten lassen haben. Und du bist einfach meine Hoffnung. Also jetzt haben wir das Teil hier gekriegt. Wir haben jetzt ja die Vorgeschichte gehört. Wir wissen jetzt schon mal, dass da auf jeden Fall kein Profi am Werk war, weil das geht gar nicht. Also Fränky kam jetzt zu mir mit dem Fahrzeug. Dann habe ich natürlich gesagt, was ich immer mache, mache mir das Fahrzeug mal an, damit ich mal sehe, wie das Ding läuft. Weil ich sage immer zum Kunden, mach das Fahrzeug an. Das hatte man ja schon das Thema, dass wenn was kaputt geht oder wenn irgendwo was ist, dann sehe ich gleich mal, wo die Fehler liegen. Das hat der Fränky dann versucht mit 30 Mal reinzureden. Dann habe ich irgendwann Mitleid bekommen. Ich habe gesagt, du lass es gut sein. Dann haben wir versucht, das Ding anzuschieben. Nach wirklich langem Hin und Her ist dann mal so einigermaßen gelaufen. Macht dazu keinen Sinn. Bei mir ist die Regel, beim dritten Mal muss es laufen. Wenn das nicht der Fall ist, liegt ein gravierender Fehler vor. Dann gehen wir auf Fehlersuche. Und das ist jetzt das, was wir machen. Was wir euch jetzt auch in der Werkstatt dann ein bisschen zeigen, wie wir hier vorgehen. Der Fränky hat uns das Fahrzeug gebracht. Ich habe es jetzt mal auf die Hebebühne gestellt und jetzt zeigen wir euch einfach mal von Anfang bis Ende, wie wir jetzt hier auf die Fehlersuche gehen und was wir an Fehler feststellen. Nochmal, hier geht es auch um es klarzustellen. Wir sind hier nicht die besten Handwerker etc. oder jemanden schlecht zu machen, sondern wir sind einfach mit den Sachen, so wie sie Fakt sind, so gehen wir sie mit euch durch. Genauso macht ihr es zu Hause auch. Und da findet ihr den Fehler relativ schnell und einfach. Und mehr machen wir eigentlich nicht. Gut, Fahrzeug kam auf die Bühne. Da haben wir dann eigentlich schon viele Kleidigkeiten gesehen, die uns aufgefallen sind, nachdem ich die Verkleidung weggemacht habe. Das zum Beispiel hier kann man dann mal draufhalten, Steffen. Das machen wir auf ein Foto. Hier hat die mal das Fahrzeug restauriert und auch wieder als Fahrbereit verkauft. Das war ein Geschenk von Fränky seiner Frau. Das heißt, da wurde das Ding wieder als Fahrbereit verkauft, was halt ganz weit weg davon ist. Hier sind sie hergegangen, haben wir Unerlagsscheibe gemacht anstelle der Buchse. Wenn man hier mal jetzt genau hinguckt, sieht man, das reibt hier alles. Das ist also eine Katastrophe schon von der Federung her. Weiter geht es, was eigentlich gleich offensichtlich war, nachdem der Deckel weg war. Das war hier alles mit Kabelbinder nur fest, anstatt man da eine schöne Platte macht, wo man die Zündanlage drauf schraubt. Und dann hier mit Lampe, Vakuum, Klemme, die wirklich super sind für die Wohnung, um eine Lamp aufzuhängen oder einen Strom zu machen. Aber hier am Moped sind sie total fehl am Platz, weil durch die Vibrationen, das hebt auf Dauer einfach nicht. Das sagt euch jeder Elektriker, das funktioniert nicht. So, wie gehen wir vor? Was haben wir noch gefunden nach vorne? Auch schön zu sehen, da ist auch die Distanzbuchse anscheinend verloren gegangen. Dann haben sie da auch Unterlagsscheibe gemacht, wodurch der Tauchantrieb sich schon gar nicht mehr dreht und alles abgerissen ist. Das waren jetzt so die ersten zwei, drei Hinweise, dass das Fahrzeug einfach optisch toll, aber auch ein bisschen Richtung Baschelbude geht. Aber es wird noch besser, es geht ja weiter. So, das erste Ding haben wir abgeklopft, das nächste war natürlich Sprit. Das heißt, ich gucke dann immer nach, nehme hier eine Schüssel, eine saubere, mache hier den Benzinhahn mal auf, dann sieht man das auch mal gleich schön. So, das ist schon mal sehr verhalten auf dem normalen. Okay, müssen wir den Benzinhahn mal ausbauen, das sieht man, glaube ich. Das ist relativ schwach, kann aber auch der Sprit leer sein, wird aber auch nicht besser. Das heißt, es wäre jetzt okay, dass das Fahrzeug läuft, aber nichtsdestotrotz muss man da mal nachgucken, warum das so wenig ist. So, das nächste, was wir gleich sehen, kann man da vielleicht mal reinhalten. Da ist sehr viel Dreck drin. Ja, also das ist schon mal ein Punkt, da muss man gucken, Tank, Tank reinigen, eventuell versiegeln. Das gucken wir uns dann nachher im Detail noch an. Das ist jetzt so der erste Sprung. Gut, das nächste, was wir gemacht haben dann, ist Sprithammer. Jetzt machen wir da an den Vergaser runter, gucken da nochmal nach. Das Fahrzeug ist nicht angegangen. Vergaser machen wir dann runter. Nächste war Luftfilter, haben wir mal geöffnet. Ist schon mal kein Luftfilter verbaut, das ist kein Tuning, da geht es einfach schneller kaputt. Ganz mal nebenbei gesagt. Also auch schon mal ein Quatsch. Jetzt sehen wir dann, wie der Vergaser noch aussieht. Das machen wir jetzt als nächstes. Das Fahrzeug steht jetzt seit einer halben Stunde hier auf der Hewebühne. Es ist nicht gelaufen. Das steht also jetzt schon mehrere Wochen bei uns. Ein, zwei, drei Wochen. Und wurde von uns auch nicht bewegt. Aber was man jetzt schön sieht, hier ist ein riesen Öllacher. Das heißt, da kommt das ganze Öl aus dem Pedalwelle. Sehen wir, wie soll das gehen beim 505er Motor, wenn er nicht einmal gelaufen ist. Also das ist natürlich sehr dubios. Gut, das jetzt einfach mal vorab dazu. Dann haben wir jetzt mal die Zündkerze raus. Da haben wir Zündfunke, haben wir getestet. Ist da, alles wunderbar. Und dann, jetzt versuchen wir es mal, ob man es hört. Also wir haben es sofort gehört. Der Kulbe ist der falsche, definitiv. Weil der stößt an der Kurbelwelle oder am Kopf an. Man hört es ganz leicht, wenn wir jetzt mal drehen. Die Zündkerze ist draußen. Das Klacken hört er. Das Klacken hat man, denke ich, eindeutig gekürt. Wir machen es nochmal. Und dann peift da noch irgendwie ein Zimmerring. Also auch irgendwie Katastrophe. Wichtig bei sowas, wenn ein Benzin nebendran steht, eine Erstzündung aus. Nebebei. Also, definitiv müssen wir jetzt vergasen, machen wir jetzt noch runter. Oder mache ich dann auch wieder dazu. Prüfe den nach. Zylinder wird definitiv gezogen. Dann sehen wir mal, wo der Kulbe anschlägt. Schlägt er am Kopf oder an der Kurbelwelle an? Ich behaupte, der schlägt dann der Kurbelwelle an. Dass der Kulbe einfach nicht zu dieser Kurbelwelle passt. Dass man da ein bisschen was nachbearbeiten müsse. Oder beziehungsweise den richtigen Kulbe einfach dann verbauen. Ganz klar. So. Gut. Jetzt sind wir hergegangen. Haben wir euch ja gesagt. Jetzt haben wir den Vergaser mal runter. Da können wir mal kurz reinschauen. Der sieht dann schon nämlich ganz so toll aus. Der Vergaser, alles. Picobello. Aber was so in der Schwimmerkammer steht, das ist eigentlich das, was wir euch vorhin gezeigt haben. Da ist eigentlich sehr viel Dreck in der Schwimmerkammer. Das Benzin ist ein bisschen, ja, da ist viel Öl drin. Okay, das kann man noch verkraften. Das wird also noch gehen. Wenn man hier ein bisschen sauber macht, kurz. Kein Thema. Beim Testen des Zündfunkens haben wir aber schon gehört, dass da was faul ist. Mechanisch. Ja, ein Klacken. Ich versuche es euch jetzt mal rüber zu bringen. Zeline habe ich schon losgeschraubt. Ich denke, dass ihr das auch hört, wenn wir da jetzt nochmal drehen. Ich gehe jetzt mal einfach mit dem Mikro dran, Steffen. Das hört man deutlich, oder? Also, da ist auf jeden Fall Spiel in der Kurbelwelle oder der Kolbe steckt irgendwo an. Und da das aber an jeder Position ist, also OT, UT, egal wo sich das befindet, bedeutet das eindeutig entweder, also ist definitiv ein Bleulager kaputt. Ja, und so ist es auch. Jetzt ziehen wir das Ganze mal ab. Kolbering haben wir schon weggemacht. Das muss man euch nur demonstrieren können. Sie ist auch alles verölt. Ja, das Ding ist zwar gelaufen, aber überall läuft das Öl entgegen. Das heißt also, sehr schlechte Verbrennung. Ja, also das ist schon ganz klar. So, und jetzt, wenn man da ein bisschen größer drauf geht, sieht man das. Man hört es auf alle Fälle auch. Dieses Spiel, ne? Ja, das hört man, sieht man das? Ja. Also, es ist definitiv das Bleulager unten. Gucken wir mal, wie sich das bewegen lässt, guck mal. Das ist also ein Bleulager, schade. Ganz einfach. Da brauche ich keinen Sachs 505-Motorenspezialist, mir Diplom an die Wand hängen, oder Raketenwissenschafts-Doktortitel oder sonst was. Das ist eine ganz einfache, klare Sache. Bleulagerdefekt, das heißt, hier machen wir das Bleulager, dann ist die Welt in Ordnung. Aber das Moped kann auch so nicht laufen. Das kann nicht. Das siehst du, es sind alle Lager, von mir ist neu gemacht, das haben wir jetzt noch nicht gesehen. Aber die Simmerings sind gemacht, das wurde auch mit Dichtmasse nicht gespart. Das heißt, das sieht man dann auch schon wieder, dass man da kein Spezialist ist. Wenn man dann so viel Dichtmasse drauf macht, dass dann die ganzen Würstchen, wie beim Fensterkit quasi, die entgegenkommen, das kann es natürlich nicht sein. Also Fehler gefunden, ganz einfache Sache. Da brauche ich nicht in fünf Werkstätten fahren, da brauche ich mich nicht als Spezialist schimpfen. Wenn ich das nicht sehe oder höre, da ist alles vorbei. Zum Thema Fahrbereit bei dem Moped kann man noch sagen, das ist leider auch wieder so ein schönes Blendermoped. Ich habe früher immer Veteranamoped dazu gesagt, das heißt, auf der Veteranenmerkd, oder generell auf der Veteranenmerkd natürlich, werden oft über die Wintersaison dann irgendwie aus dem letzten Schrott quasi so shiny Mopeds zusammengeschraubt, die auf den ersten Blick toll aussehen, aber technische Vollkatastrophe sind. Und da muss ich sagen, da bewegt man es leider mit dem Moped auch hin. Wenn ich es schon sehe, da machen wir jetzt noch ein Foto der Steffen dann, zwei Kettenschlösser hintereinander. Das macht ja alles keinen Sinn. Irgendwo, egal wo du da hinlangst mit dem Auspuff, es ist wirklich eine volle Katastrophe. Und das ist halt schade, dass man dann sowas als Fahrbereit und vollrestauriert verkauft, muss ich wirklich sagen. Nochmal, da geht es nicht darum, dass wir die Beste hier sind oder sonst was, da geht es einfach darum, dass man offen und ehrlich kommuniziert, wenn man was kann und wenn man was nicht kann. Und der Kollege aus Bayern, der das gemacht hat, der kann definitiv keine Motore machen. Weil ein Mechaniker, der das nicht sieht, bitte aufhören. Ganz klar, gibt es keine Meinung, dazu aufhören mit Motoren. Gut, wir bauen den Motor jetzt aus. Natürlich ist da unser Vertrauen komplett weg, muss so oder so komplett zerlegt werden. Komplett zerlegt, beim Sachs 5-Motor, zwei Stunden ist das Ding wieder zusammen. Ist also alles sehr überschaubar. Das wird jetzt einfach alles nochmal neu gemacht. Auch die Lager, die Simmerring, die Dichtungen und wie gesagt, Kurbelwelle-Lager wird jetzt erneuert, ohne Bleulager. Ja, wir sind hier immer noch an der Großbaustelle von Frank Gittes-Fahrzeug. Haben wir euch ja gezeigt, Vergaser. Hauptfehler, dass das Fahrzeug nicht gelaufen ist, war die Kurbelwelle. Die haben wir jetzt inzwischen repariert. Da war ja das extreme Spiel drin. Dann haben wir noch festgestellt, der Kudelmann hat ja einen Probelauf auch gemacht. Mit einem Akkuschrauber auf dem Polrad. Das heißt, das Ding war überhaupt nirgends am Probelauf. Das ist ja gar nichts, meiner Meinung nach. Das ist kein Probelauf, das ist ein Witz. Das sind die Funken von der Primärspule unten. Die war die Isolierung kaputt. War ein kleines Loch in der Isolierung. Das hat er auch nicht gemerkt. Wie wir dann den Probelauf gemacht haben, hast du das natürlich sofort gesehen, dass da unten die Funken rumfliegen. Das heißt, die Primärwicklung einfach nochmal isoliert. Und dann war die Zündung auch repariert. Sachs-spezialist in Bayern. Gut, weiter geht es an dem Fahrzeug. Das Fahrzeug ist auch, wie gesagt, als Fahrbereit verkauft worden. Dann gucken wir uns das Lenkkopflager an. Das war ja Katastrophe. Haben wir natürlich gemacht. Ein neues rein. Ist überhaupt kein Problem. Aber wie gesagt, dann dürfte es halt nicht fahrbereit verkauft werden. Und dann gucke ich mir so das Vorderrad an. Tachoantrieb auch kaputt. Haben wir auch gleich gesehen. Dann gucke ich mir das Vorderrad so an. Und dann denke ich, das kann es ja jetzt nicht sein. Im Endeffekt, das war jetzt eingebaut. Sieht man hier, es sind zwei, vier, sechs Unterlagsscheiben drunter. Und irgendwelche selbstsichernde Muttern aus dem Baumarkt. Und dann haben wir natürlich gedacht, das Ding, das müssen wir ausbauen. Das haben wir dann auch ausgebaut. Und dann zeige ich noch aus Spaß. Das sieht aus wie gewinnte Stangen aus dem Baumarkt. Genau so war es. Das zeigen wir euch jetzt schnell. Das sieht man jetzt hier schön. Die Unterlagsscheiben geschichtet. Die Schraube aus dem Baumarkt. So. Hier dann auch nochmal ein paar Unterlagsscheiben drunter. Was man so halt gefunden hat. Und das ist endlich geil. Wie man sieht hier schon, einfach eine Gewinterstange. Eine 10er Gewinterstange aus dem Baumarkt geholt. Hier durchgesteckt. Chillerlager reingedrückt. Und damit das Ganze dann irgendwie funktioniert, nochmal eine Unterlagsscheibe drunter. Also, absolutes No-Go. Hier gerade eine Buchse reingeprügelt. Die Lager, die drehen sich überhaupt nicht. Also, da ist so Spannung drauf. Die sind fest. Das ist also auch absoluter Schrott. Das machen wir jetzt natürlich auch noch neu. Also, das alles an diese Spezialisten, die da so Sachen treiben, lasst es einfach sein. Auf jeden Fall war das eine Riesenprozedur. Das Fahrzeug lief und lief nicht. Und jetzt haben wir so ein bisschen Pimp My Ride Style. Das Fahrzeug technisch komplett überholt. Und übergebe das im Fränky und erzähle dann noch, was wir alles gemacht haben. Sollen wir es öffnen? Wir öffnen. Und jetzt geht's los. Der Sound. Der Sound, ja. Die raucht ja kaum. Ja. Gut, wie man sieht, ein bisschen am Gemisch müssen wir noch ein bisschen regeln. Also ein bisschen Qualme tut sie ja noch. Aber am großen Ganzen, sie fährt jetzt schon mal. Die läuft top. Mega. Echt super. Wow. Drei Stunden später. Spaß mit Zeit. Ja, ihr habt es gesehen. Der Fränky ist jetzt wieder hier. Holt sein Mofa ab. Geil. Und ich muss sagen, er weiß es auch schon. Wir haben es jetzt schon kurz unterhalten, auch telefonisch. Ich habe schon viel gesehen die letzten 40 Jahre, wo ich das Ganze jetzt hier mache. Aber so ein Pfusch von einem sogenannten Spezialisten auch noch. Also nicht nur Fachmann, sondern Spezialisten. Habe ich jetzt persönlich noch nicht gesehen, muss ich wirklich sagen. Aber auch lustig ist, in denen, es sind jetzt glaube ich vier oder sechs Wochen, wo du da warst, so grob. Man kann natürlich auch nicht immer gleich alles fallen lassen und dran gehen. Hatte mir aber, das habe ich jetzt noch nicht gesagt, noch einmal zwei Motoren. Von dem Spezialisten da, wirklich ohne Scheiß. Mit Problemen, wie beim einen Motor waren die Simmerringe schräg draufgeschlagen. Das heißt, der hat keine Kompression gehabt. Gar nichts. Und bei dem anderen Motor war dasselbe wie bei dir. Da war einfach im Pleuel Spiel ohne Ende. Das war jetzt hier das erste Problem bei dem Motor. Man hatte viele Probleme bei dem Motor vom Spezialisten. Nein. Aber ein Problem, das erste Problem war die Kurbelwelle. Das heißt, er hat hier eine Kurbelwelle reingebaut mit über einem Millimeter Spiel im Pleuel unten. Das heißt, das ist schon grob fahrlässig. Das hat wirklich mein dreijähriger Sohn nicht eingebaut, so überhaupt nicht. Du konntest, du hast es gehört schon beim Startversuch, habe ich zu dir auch schon gesagt, da klippert irgendwas, hör auf, das bringt nichts. Und das war wirklich das Geräusch von dem Pleuel, das wirklich an der Kurbelwelle unten am Zapfen geschlagen hat. Das war das erste Problem. Das zweite Problem war, bei der Dekompressionsbohrung, da war Dreck. Und da hast du einen ganz tiefen Riefen in der Laufbuchse gehabt. Und da hat er wohl versucht mit irgendwie Zylinderhöhne, mit einem Schleifpapier, das hast du richtig gesehen, mit Schleifpapier vor allem, diesen Grat, der da drin war, der das verursacht, wegzumachen. Aber du konntest da überhaupt keine Kompression auf. Aber so ein tiefer Riefen drin, einen Zylinder kannst du entsorgen. Danke. Also da geht gar nichts. Danke nach Bayern. Genau, also so viel zu dem. Ich habe auch versucht, den Kollegen da mal anzurufen, mehrfach sogar, den Spezialisten mal zu fragen, wo er dann seine Ausbildung absolviert hat, ob er überhaupt einen Gesellenbrief hat. Er ist also in der Handwerksrolle, ist er nicht drin. Ich weiß nicht, wie es in Bayern ist, hier in Baden-Württemberg. Also wir sind in der Handwerksrolle eingetragen als Betrieb, der an Bremsen, Motoren etc. rummacht. Das heißt, der darf offiziell auch nicht schrauben, sondern ich denke, der ist so auf dem Hobby-Level, darf eigentlich nur für sich selber schrauben. Deswegen kann er dir auch keine Rechnung ausstellen. Stell da Rechnung aus, ist ja dann schon illegal, weil Motor brauchst du meines Wissens. In Baden-Württemberg ist es so, ich weiß nicht, wie es in Bayern ist, ein Meister- oder ein Handwerksrolleintrag. Das ist so das Hauptthema gewesen, muss ich sagen, wo auch wirklich der Kerl nicht ans Telefon ist. Ich wollte wirklich wissen, was geht da schief mit so jemandem. Und dann das doppelte Geld zu verlangen, ohne Rechnung, ohne alles, hier ein Gruß ans Finanzamt. In Bayern, schau dir das den Kerl mal an, der wirbt überall bei IP-Kleinanzeigen. Normal mache ich so was. Drei Buchstaben. Als der Sachs-Spezialist sollte man vielleicht mal die Rechnungen prüfen, weil das kann auch nicht sein. Das sehe ich nicht ein, als offizieller, legaler Betrieb mit unseren Kosten, mit unseren Steuern, die wir alles hier ganz normal abführen, dass wir dann mit dem Push uns rumärgern müssen, wo du keine Gewährleistung machst als Kunde. Also mach das nicht. Wenn ihr irgendwo einen Motor hinschickt und es die Hälfte kostet, wie normalerweise, dann muss ja schon was schief sein oder was faul sein. Wenn ihr dann nicht mal eine Rechnung kriegt, ihr habt ja null Gewährleistung, Mensch, dann hast du eine größere Schade wie überhaupt. Da haben wir jetzt noch Glück gehabt, dass es kein seltener Motor ist. Stell dir vor, dass es ein Motor ist, den es nicht überall um die Ecke kaufelt gibt. Oder die Teile. Dann stehen wir da und dann haben wir eigentlich noch mehr Schaden produziert. Weil wenn das Bleu jetzt, das wäre jetzt demnächst wegflogen oder irgendwas, hätte es alles zusammengeschlagen. Toll, echt. Dann brauchst du einen komplett neuen Motor. Hier nochmal ein Hinweis von mir, sucht euch einen Fachbetrieb. Das ist eigentlich immer besser. Dies hoffe ich, konnten wir jetzt glücklich machen. Mega, mega. Auch noch nebenbei, ich habe bemerkt, wir machen hier jetzt noch eine 45 kmh Zulassung, dass du auch ein bisschen schneller unterwegs bist und nicht an jedem Berg mehr hängst. Das heißt, wir haben da jetzt auch dann Optima-Zylinder und Vergaser etc. alles verbaut. Auspuffanlage angepasst, damit das Ding einfach, weil du ja in der Alpe wohnst, irgendwie Ost-Alpe. Ja, Ost-Alpe, da geht es schon schwer. Ost-Alpe, also in der Ost-Alpe, da geht es dann schon, wie viel Grad Steigung haben wir da? Ich würde jetzt anlügen. Mehr wie ein Randstein. Absolut, nein, also es gibt schon bis 16 Prozent, gibt es schon Steigung. Also Bergsteigerschaft. Bergsteiger wäre schon cool. Die macht das locker, da bist du jetzt mit dabei. Aber ich hatte halt als Junge keine Bergsteiger, deswegen muss sie herhalten. Okay, dann hast du jetzt Enduro, Moped mit 45 kmh Zulassung und kannst dann legal jetzt durch die Ost-Alpe reiten und die Berge hoch. Ich habe es ja gemerkt, also es geht ja schon ganz anders. Ja, natürlich. Sehr cool, sehr, sehr cool. Ganz einfach, kleiner Fehler, große Wirkung, oder wie man so schön sagt. Oder einfach mal gleich zum Spezialisten gehen. Oder das, klar. Also es war für uns auch ein herzensamt Gelegenheit, das sage ich auch ganz ehrlich. Frank, du bist auf uns zugekommen, wir hatten die Werkstatt komplett voll, wie ich dann aber die Geschichte dahinter gehört habe. Und dass ihr euch da so rumquält, dass deine Frau dann schon fast hier depressiv wurde, weil sie dir eine riesen Freude in der Situation machen will. Und dann habt ihr nur Ärger gehabt und habt wirklich da nicht einmal den kleinen Moment genießen können. Das ist ja im Leben die Zeit, die gute Zeit, die positive Zeit, ist ja das, was eigentlich wert ist, nicht das Geld oder irgendwas. Aber aus dem Grund habe ich ja gesagt, wir nehmen es rein. Vielen, vielen lieben Dank. Echt super, vielen lieben Dank. Vielen, vielen Spaß und ein ganz lieben Gruß an der Frau. Schade, dich kennenzulernen, lernen zu dürfen. Gerne, kein Thema. Vielen, vielen Dank. Wenn wieder was ist, wir sind für die Stadt. Gerne, vielen lieben Dank. Das war es hier aus der Moped Garage. Ihr seht auch, wir sind auch gern für euch da. Wir haben da auch immer, wie gesagt, ein großes Herz für so Sachen, wo wir einfach ein bisschen helfen können. Und kommt vorbei. Das war es hier aus der Moped Garage wieder, euer Mr. Moped. Bis demnächst auf diesem Binschirm. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020